Ich muss gerade so lachen, es ist so mega peinlich. Bad wächst auch immer, Buch ist in Arbeit und danke Lino für den Hinweis. Passt gerade zum aktuellen Kapitel. Nur durch Feedback kannst du wachsen und erst wenn du was online stellst, dann bekommst du auch Feedback. Denn solange keiner von dir weiß oder was du machst oder wie auch immer, wird auch nichts passieren. Und ja, ich habe gerade ein Posting gemacht. Der Blog zum Buch ist mittlerweile schon ordentlich gewachsen. Punkt, Punkt, Punkt. Danke auch für dein Feedback. So, und ich habe nämlich nicht gewachsen geschrieben, sondern gewaschen. Also steht da hier, der Blog zum Buch ist mittlerweile schon ordentlich gewaschen. Ich voll pfeife. Danke für das Feedback. Mir wäre es nicht aufgefallen. Ja, Irn ist menschlich und das gehört genauso dazu. Und danke für den Lacher des Tages um knapp 22 Uhr Sonntagabend. Und ja, ich teile das jetzt mit dir. Ganz peinart. Passt optimal zum Buch. Danke nochmal für das Feedback und danke für viele weitere Feedbacks. Und ich werde das Posting jetzt nochmal neu machen. Ciao.